Abschlusstraining im Slovan-Bratislava-Stadion. Die Mannschaft ist seit Sonntagabend hier in der Slowakei. Matthias Vogt, wie wünschst du die Stimmung im Team nach dem Bosnien-Spiel wahr? Ich nehme die Stimmung mal so wahr, dass wir vor dem nächsten Spiel stehen und dass die Mannschaft durchaus konzentriert ist, engagiert und angespannt und sich auf das neue Spiel vorbereitet, was stattfinden wird. Was traust du der Mannschaft gegen die Slowakei morgen Abend zu? Die Mannschaft wird ihre Leistung abrufen. Sie hat für sich selber etwas gut zu machen. Das vorhergehende Spiel war vielleicht nicht so gut. Aber man hat seine Lehren gezogen, gehe ich davon aus, und man wird eine andere Mannschaft sehen. Und sie wird vielleicht durchaus ihr wahres Gesicht zeigen. Matthias Vogt, du bist jetzt noch nicht allzu lange Präsident vom LFV. Was ist dein Eindruck von diesen Länderspielen, von dem Auswärtsspiel, von dem ersten Auswärtsspiel, in dem du mit dabei bist? Ich bin da schon sehr beeindruckt, wie professionell alles abläuft, wie perfekt hier organisiert wird und organisiert werden muss, damit das alles ordentlich zusammengeht. Die Mannschaft, der Trainerstab, arbeiten sehr professionell. Da gibt es ein hohes Mass an Disziplin. Also ich kann nirgendwo erkennen, dass das irgendwelche Ferientrips sind, sondern hier wird richtig gearbeitet. Und das hat mich sehr beeindruckt. Mario, was sicher viele Leute im Lächterstehen interessiert. Wie sieht es bei dir aus mit Ihrer Verletzung? Wenn ich das Abschlusstraining hatte und ich sah, dass ich heute entscheiden möchte, wenn es heute nicht geht, wäre es unverantwortlich zu sagen, dass ich mal spielen könnte. Und ja, jetzt, also Leitzburg tut. Und ja, natürlich, so gross die Enttäuschung ist, muss ich einfach sagen, es geht nicht. Ich habe immer noch Schmerzen und es ist wirklich unverantwortlich, auch gegenüber den Mitspielern, gegenüber dem Team, dem Trainerstab, wenn ich jetzt sage, ich würde spielen. Und dann nach zehn Minuten müsste ich raus sein und dann ist es gescheitere, ich sage jetzt ab. Wie gross ist deine Zuversicht, dass die Mannschaft auch ohne dich da etwas reissen kann, vielleicht die Scharten von Bosnien ausmerzen kann? Also, ich bin überzeugt, dass es eine Reaktion geben wird. Wir haben uns einiges vorgenommen. Wir probieren, so kompakt zu stehen wie die ersten 25 Minuten gegen Bosnien. Dort haben wir eigentlich gerne nichts zu lassen, haben fast keine Chance dazu lassen. Und wenn man so agieren kann und das konstant über 90 Minuten durchheben, dann wird es ganz sehr ein anderes Resultat rausgekommen. Also, wir würden uns hier als erstes einmal mit der Defensiv beschäftigen müssen. Und ich hoffe, dass wir so anfangen können gegen Bosnien, die ersten 20, 25 Minuten. Und dann, wenn wir hinten kompakt stehen, dann versuchen wir natürlich unsere Konter zu starten, weil wir eine gewisse schnelle Leute in der Mannschaft haben. Und natürlich wird es wieder ein schwieriges Spiel. Und ich hoffe, dass alle Spieler den 8. Ansatz vergessen haben und morgen eine Reaktion sagen. Was muss die Mannschaft morgen Abend anders machen? Ja, sicher vieles. Es kann es nicht sein, dass wir 8 Goals bekommen. Wir sind so gutes Spiel gestartet gegen Bosnien. Und so wie wir angefangen haben. Und dort, wenn wir jetzt eigentlich wieder anfangen gegen Slowakei. Wir müssen einfach defensiv, müssen wir viel aggressiver sein. Und wir haben einfach zu viele einfache Goals bekommen. Wir haben die Goale angeschaut in der Sitzung. Und wir haben gesehen, wo die Fehler sind. Und die versuchen wir jetzt zu korrigieren. Was denkst du, kann eine Mannschaft auf den Schalter umlegen von einer schlechten Leistung zu einer hoffentlich sehr starken Leistung? Ich hoffe, wir können den Schalter umlegen. Wir sind überzeugt von uns. Wir können besser spielen. Und das wollen wir morgen unbedingt machen. Ist es befürchtet, dass, wenn ein Gegengoal passiert, dass wieder die gleiche Reaktion in der Mannschaft ist wie gegen Bosnien? Ja, was passiert, wenn wir ein Gegengoal überkommen, ist jetzt noch schwierig zu sagen. Also wir sind ja die ganze Zeit am Ansprechen. Vor allem die älteren Spieler sind uns die ganze Zeit darauf aufmerksam machen, dass wir den Kopf nicht hängen, sondern dass es weitergeht. Wir haben gegen andere Mannschaften in der Vergangenheit auch gesagt, dass wir, wenn wir in den Rückstand geraten sind, dass wir eigentlich angefangen haben zu spielen, dass die Spieler den Mut gewonnen haben. Und ich hoffe, dass das morgen auch der Fall sein wird. Also ich hoffe nicht, dass wir auch noch in den Rückstand gehen würden. Aber falls es so sein wird, dann hoffe ich natürlich, dass wir nicht den Kopf hängen lassen wie gegen Bosnien. Weil es ist natürlich fatal zu dieser 8-1. Und ich hoffe, dass jeder Einzelne sich bewusst ist, dass man morgen einfach die Reaktion zeigen muss. Und ich hoffe auf ein positives Resultat für uns. Wie siehst du deine Rolle im Mittelfeld als aggressiver Leader in dieser Aufgabe? Ja, aber du siehst es eigentlich schon als aggressiver Leader. Ich versuche die Mannschaft mit weniger Aggressivität zu reissen und hoffe, dass der andere auch eine resolute Zweikämpfe einsteigt. Und natürlich versuche ich dann in gewissen Momenten Ruhe wieder ins Spiel hinzubringen. Und ja, ich versuche auf das zu spielen, was ich denke meine Fähigkeiten sind. Und wenn jeder Einzelne eigentlich sich auf das passiert, auf seine Fähigkeiten, dann denke ich, dann machen wir mal ein gutes Spiel.